Wie du deinen Tag beginnst, kann in vielen Fällen auch darüber entscheiden, wie der Rest deines Tages verläuft. Und genau deshalb finde ich es mittlerweile unglaublich wichtig, diese ersten Momente des Tages richtig, richtig gut zu nutzen, um dich auch optimal auf den kommenden Tag vorzubereiten. Ich persönlich mag dazu immer das Journaling sehr gerne, wer hätte es gedacht. Natürlich gibt es auch viele, viele andere positive Gewohnheiten, die Teil deiner Morgenroutine sein können, aber das hier soll auf keinen Fall eines dieser typischen Morgenroutine-Videos sein, wo ich dir jetzt 15 Dinge auf deine Liste schreibe, die du jeden Morgen unbedingt machen musst, sondern ich möchte dir hier einfach fünf meiner liebsten Impulse und Fragen mit an die Hand geben und vielleicht magst auch du ja eine oder zwei oder vielleicht auch alle fünf in deinen Morgen oder deine Morgenroutine integrieren. Mir persönlich helfen die nämlich immer, einen klaren Kopf zu schaffen und sowohl produktiver dann auch am Tag zu sein, als auch darauf zu achten, dass ich mir wirklich Zeit für die Dinge nehme, die mich glücklich machen und die mich auch erfüllter leben lassen. Und ich denke, das klingt gar nicht so schlecht, deshalb hast du da ja vielleicht auch Lust drauf. Ich würde sagen, wir reden auch gar nicht so viel länger drumherum. Nur noch ein kleiner Hinweis. Ich habe unten auch noch einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Ich habe nämlich schon mal eine Journaling-Sammlung, Journaling-Impuls-Sammlung zum Thema. Mit diesen Impulsen kannst du gut in deinen Morgenstarten zusammengestellt. Es werden sich ein paar zu den Impulsen hier im Video überschneiden in dieser PDF-Sammlung, aber du findest da auch noch ein paar neue. Deshalb, wenn du magst, klick auch super gerne mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung und sichere dir auch noch die Impulse aus der Journaling-Sammlung. Okay, jetzt würde ich sagen, reden wir aber wirklich gar nicht länger drumherum und fangen sofort mit dem allerersten Impuls an. Und die erste Frage, die finde ich auch unglaublich sinnvoll und trotzdem vergessen viele, sich das morgens zu fragen, nämlich, was ist meine Priorität für heute? Bei vielen stehen 50 Milliarden Sachen auf der To-Do-Liste. Viele geben sich nicht mal eine Chance, dass sie ihre To-Do-Liste überhaupt ganz schaffen können, weil eben so viele Dinge draufstehen. Und ich persönlich finde das mittlerweile auch gar nicht mehr schlimm, wenn ich mir viele Sachen auf die To-Do-Liste schreibe, wenn ich gar nicht alles schaffe. Was das Wichtigste für mich ist, ist wirklich, dass ich meine Priorität abhake. Denn meine Priorität ist meistens mit einem größeren Ziel verknüpft oder einem größeren Projekt. Und dementsprechend weiß ich, wenn ich das geschafft habe heute, dann bin ich schon mal einen guten Schritt weitergekommen. Und deshalb ist die allererste Frage, die ich mir häufig morgens stelle, was ist heute meine Priorität? Du kannst dann gerne auch noch einen Schritt weitergehen und die Frage findest du auch im PDF-Guide, den ich dir unten verlinkt habe. Und dich fragen, warum? Warum ist genau das meine Priorität? So kannst du nämlich nochmal überprüfen, ob deine Priorität wirklich Priorität sein sollte, ob die dir wirklich so wichtig ist, ob du die nur wegen anderen dahinsetzt und so weiter und so fort. Also die erste Frage, beziehungsweise es sind jetzt schon zwei geworden, die erste Frage, was ist heute meine oberste Priorität und warum ist genau das meine oberste Priorität? Impuls Nummer zwei gliedert sich auch wieder in zwei kleine Teilfragen beziehungsweise Teilbereiche. Und zwar geht es um das Mehr-und-Weniger-Prinzip. Ich formuliere nämlich auch ganz gerne in meinem Journal den Satzanfang, ich möchte heute weniger. Und dann schaue ich einfach mal, was da kommt. Möchte ich weniger prokrastinieren? Möchte ich weniger auf Facebook oder Instagram scrollen? Möchte ich weniger Schokolade essen? Und einfach mal all diese Dinge sammeln, die mich vielleicht auch an den Tagen vorher ein wenig zurückgehalten haben. Ich nutze ja mittlerweile auch einen digitalen Planer und da sind ähnliche Fragen auch immer in den Tag eingebaut. Das hilft mir immer sehr. Was hätte ich heute besser machen können, ist da zum Beispiel eine Frage. Und ähnlich funktioniert auch dieser Impuls für mich. Ich möchte heute weniger, weil mich das zum Beispiel gestern oder letzte Woche ein wenig zurückgehalten hat oder dafür gesorgt hat, dass ich nicht mein bestes Leben gelebt habe oder meinen besten, produktivsten Tag haben konnte. Genauso gibt es dann auch noch das Gegenstück zu diesem Impuls, nämlich die Frage beziehungsweise den Satzanfang, ich möchte heute mehr. Wofür möchte ich mir heute mehr Zeit nehmen? Was darf heute mehr Zeit in meinem Tag beanspruchen, mehr Raum in meinem Tag beanspruchen? Und auch hier, wenn du magst und die Zeit dazu hast, frage ich auch hier gerne nochmal, warum? Warum ist mir das wichtig? Denn ich sage immer, ein starkes Warum ist so eine kraftvolle Sache, die auch dafür sorgen kann, dass du das auch tatsächlich einhältst. Warum möchte ich das und das nicht mehr machen? Wenn du nochmal auf dem Blatt Papier vor dir siehst, wie dich das zurückhält, wird es dir leichter fallen, diese Dinge vielleicht gehen zu lassen. Genauso auch die Dinge, die du mehr in deinen Alltag integrieren möchtest. Ich möchte heute mehr Zeit für meine Familie einplanen, Pausen machen, Liebe mir selber schenken und so weiter und so fort. Was auch immer da für dich hochkommt, ich finde das immer spannend, diese beiden Seiten dann auch gegenüberstehen zu haben und sich daran auch am Tag zu orientieren. Die dritte Frage finde ich auch immer ganz spannend. Das ist nämlich die Frage, wie möchte ich mich heute fühlen? Viele von uns überlassen ja oft ihre Gefühle dem Zufall. Und natürlich kann ich nicht alles bestimmen und ich kann nicht immer 100% bestimmen, wie ich in der allerersten Millisekunde reagiere, auf bestimmte Dinge zum Beispiel. Aber ich habe doch immer wieder die Kraft zu bestimmen, wie ich mich fühlen möchte, wie ich auf Dinge reagieren möchte. Und genau dabei kann dir dann auch diese Frage helfen. Wie möchte ich mich heute fühlen? Entspannt? Gut, dann sollte ich vielleicht nicht 50 verschiedene To-dos auf die To-do-Liste klatschen. Möchte ich mich erfolgreich fühlen? Super, wie kann ich dafür sorgen? Und das ist dann auch schon die nächste Frage, die dich hierbei begleiten kann. Wie kann ich aktiv dafür sorgen, dass ich mich heute so fühle? Auch hier nochmal, du musst nicht alles dem Zufall überlassen. Such dir ein paar Gefühle aus, vielleicht das Gefühl, was sich für dich gerade am besten anfühlt, vielleicht so die Top 3 und frag dich dann bei jedem Gefühl, was ist ein aktiver Schritt, den ich heute gehen kann, um dieses Gefühl zu fühlen. Weiter geht es dann auch schon direkt mit dem vierten Impuls. Und auch das ist wieder ein Satzanfang, der mir auch schon in vielen, vielen Situationen geholfen hat. Und zwar ist das der Satzanfang, wenn ich das Gefühl habe, festzustecken, erinnere ich mich daran, dass... Manchmal, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, beginnt unser Tag vielleicht schon super, vielleicht beginnt er auch schon so mäh, aber im Laufe des Tages fällt man irgendwie in so ein kleines Loch rein. Man kommt bei der Aufgabe, die man gerade macht, nicht wirklich weiter. Alles ist irgendwie doof, alles nervt einen irgendwie. Und da hilft mir dieser Impuls, dass ich mich dann in solchen Situationen auch wirklich darauf berufen kann. Weil ich das eben nicht irgendwann mal letztes Jahr aufgeschrieben habe, sondern an diesem Morgen aufgeschrieben habe, um mir selber diesen Reminder, diese Erinnerung zu geben, dass es okay ist, wenn ich heute nicht alles schaffe. Dass mein Wert nicht von meinen To-Do-Listen bestimmt ist. Dass ich die Kontrolle über meine Gedanken und Gefühle habe. Und so weiter und so fort. Was auch immer da vielleicht für dich stehen mag. Ich finde das unglaublich kraftvoll, sich auch hier nicht immer dem Zufall hinzugeben. Hm, ich bin gespannt, ob ich heute in so ein Loch falle, weil wenn, dann ist eigentlich schon der ganze Tag gelaufen. Durch diese kleine Erinnerung, die du dir morgens aufschreibst, kannst du das nutzen, um dich selber in der Situation zu bestärken, um dich vielleicht aus dem Loch nochmal rauszuheben. Je nachdem, was du eben gerade in dem Moment auch brauchst. Deshalb habe ich da auch keinen Satz vorgegeben. Ich gebe mir da auch selber keinen Satz vor. Ich fühle da meistens morgens rein. Was brauche ich heute von mir? Was möchte ich heute von mir hören? Und das darf dann eben am Ende von diesem Satz stehen. Wenn ich das Gefühl habe, festzustecken, erinnere ich mich daran, dass... Und der fünfte und damit letzte Impuls beziehungsweise die letzte Frage für dieses Video heute ist auch eine sehr schöne. Ich finde natürlich immer jede Journaling-Frage, die ich hier mit euch teile, schön. Aber die besonders, weil sie doch oft zu kurz kommt beziehungsweise die Antwort darauf. Die letzte Frage ist nämlich, wie möchte ich mir heute Zeit für mich selber nehmen? Und hier auch ganz wichtig, benutzt wirklich diese Formulierung. Nicht, nehme ich mir heute Zeit für mich selber oder ich gucke mal, ob ich mir heute irgendwie Zeit für mich selber nehme, ob ich dazu noch Zeit habe, sondern du schreibst dahin, ich nehme mir heute Zeit für mich selber. Die Frage ist nur, wie mache ich das? Auf welche Art und Weise? Und dazu lädt eben dieser letzte Impuls ein. Wie nehme ich mir heute Zeit für mich selber? Und auch hier, wenn dich das jetzt überfordert, wenn du das Gefühl hast, mein Tag ist so voll, ich kann mir gar keine Zeit mehr für mich selber nehmen. Es muss nicht immer eine Stunde oder zwei sein. Es können auch ganz, ganz, ganz kleine Gesten sein. Aber das ist auch das, was ich am Journaling liebe, das Aufschreiben davon, dass du dir einfach schon mal kurz diese Gedanken machst und dir vielleicht ein paar kleine Ideen überlegst, wie du dir selber Liebe, Aufmerksamkeit entgegenbringen kannst in deinem Tag. Das führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du das auch tatsächlich umsetzt, so, so, so viel höher ist. Deshalb nimm dir auf jeden Fall die Zeit, auch wenn du nicht jede andere Frage beantwortest, die, finde ich, sollte immer irgendwie Teil deines Lebens und Teil deines Tages sein. Du musst auch nicht immer dazu was aufschreiben, wenn du nicht magst, aber dieses, wie nehme ich mir heute Zeit für mich selber, wie schenke ich mir heute selber Aufmerksamkeit, Liebe, das darf Teil von jedem Tag in deinem Leben sein. Und das waren auch schon die fünf Impulse, die ich heute mit dir teilen wollte. Du siehst sie hier alle noch mal schnell eingeblendet und zusammengefasst. Aber wie gesagt, wenn du magst, du findest die meisten davon oder ungefähr die Hälfte auch noch mal in der PDF-Sammlung, die ich dir unten verlinkt habe. Und du findest da natürlich auch noch ein paar zusätzliche. Also schau dir den Link super gerne an und gib dem Video auch sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Es war jetzt ein etwas kürzeres, knackigeres Video, aber ich find's ganz schön, dir so ein paar Impulse mit an die Hand zu geben, die du dann ab morgen oder gerne auch noch ab heute direkt für dich anwenden kannst. Wenn du mehr dieser Videos sehen willst und wenn du keine Videos mehr verpassen möchtest zum Thema, wie kann ich mich selber besser kennenlieben und verstehen lernen und wie kann ich mein bestes Leben in dem Rahmen dann auch kreieren, dann abonniere super gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht getan hast. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Journalen und noch einen wunder, wunder, wunderschönen Tag.